So, hallo erstmal zu den World Wide Races Nummer 1 Auf der CCM natürlich Ich will gleich schnappen Ja, es gibt bessere Strecken Aber scheißegal Ok, los gehts Na ja, wieder mit meinem CCM Jetzt perfekt eingespielt Ich kann perfekt damit umgehen Keine Probleme mehr Ich werde eigentlich 3 Pilzer, aber egal Machen wir den so So, Pyron Einer von meinem Freund Roster Kriegt einmal einen Green Shell Und meldet mir eine Fake Box Das ist ja klar Und ja Was willst du? 3 Pilze! Genau Ab gehts Erstmal So, Schmidt hat sich weiter Wir müssen bloß aufpasst Ich soll nicht die Bananen legen Und Unter diesen Nein Ich nehme Fake Box Ich werde mal versuchen ihn zu slide Es wird zwar schwer, aber Man kann es ja mal versuchen Ok, das ist gut So Und Und Na! Super! Klappt doch! So So Und jetzt hoffen wir es keine Blue Shell Blitz Sonstiges Ein bisschen Sand Tramp Eine Pyronen Red Shell Trick Blablabla Oder irgendein Ok, der Blitz war nicht so schlimm Wenn es keine Red Shell kommt Es ist noch nicht verloren Er hat einen guten Abstand 35 35 38 Ah ja Ach jetzt Hm Da legt meine Fiktok zum Besten hin Wenn man nicht weiß woher Also ich leg sie mal So frech wie ich bin Aber nicht ab Legt sie mal Ähm Hier Gut Nein, wenn er jetzt im Pizza hat, bin ich verloren, wenn er jetzt im Pizza hat, bin ich verloren, den er leider nicht hat. Green Chef, falls er noch rankommt, weil er es leider tut. So, ah gut, das ist sicher. Das klappt gut, gleich am Anfang. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Auf jeden Fall mal ein guter Szenario mit der Fakebox, das war ein nächster. Das ist eigentlich einer meiner ersten Male, dass ich das geschafft habe. Da berührt man ja auch sehr glücklich. Wenn es wichtig ist, einfach ist es schlecht wie nie, wenn es ganz unwichtig ist, einfach nur, just for fun. Keine Chance, ich kann, da bin ich einfach unschlagbar fast. Außer auch für die Merkland und so, und wir müssen es auch schon wieder runter. Aber es kostet es gut, wenn man da einen Lotschirm fehlt, geht es nach unten, tiefere Etage. Jetzt ist mir eigentlich egal, was dran kommt, ich bin einfach nur froh, dass ich etwas mal fahren kann. Aber so gut, dann bin ich nicht so mit einverstanden. Aber so gut, dann bin ich nicht so mit einverstanden. Hm, der Treeway, das ist eine schönste Strecken im Spiel, würde ich sagen. Sie macht Spaß, sie ist wenig stark, kaum hat wenig stark. Aber egal, machen wir jetzt mal los. Schuhen, das war ich ja eigentlich selten, die Strecken im Spiel schauen. Mal sehen. Oh, oh, oh. Okay, die bin ich halt wenigstens getroffen. So, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, führen wir in mich. Und die Blätterhafen spucken natürlich wieder Bananen, die mich haben. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab. Ha, ha, er hat seine Verteidigung fallen lassen. Aber natürlich, wir haben ein Schelke-Snipe und ein Pumpe. Und nicht natürlich. Das kann nicht sein, das ist für ein Glück. So, jetzt die Stelle, die am wenigsten kann ich auf dieser Strecke. Ich habe mir keinen Item, ich habe mir keinen Item. Es ist langsamer. Hümmel. Hümmel in den Schatten. So, bin ich erst mal wieder auf Augenhöhe. Wendernsnipe... Nein! Ah, ich habe zu spät gemerkt. Aber gut, gut, gut. Er hat jetzt, er macht das wieder weg. Er macht das wieder weg. Ich glaube nicht. Äh, was ist das für eine Mitte der Tat? Wie ist das so schnell? Also, muss er langsam. Okay, wie schießt ich dann? Ja, hier fahren alles. Äh... Abschießen ist mir egal. Und, wo kommen die ganzen Bomben her? Wie kann man auf zwei eine Bombe haben? Das ist doch möglich. Hallo? Eine Bombe? Auf zwei? Hahaha, jetzt geht's raus! Aber noch nicht. Ah, schade. Ich hätte ja noch einen Stand gucken können. Wie kann der schon fast... Cheater-like? Jetzt reicht's. Jetzt überhör ich dich. Scheiß du das. Ey! Speed Deck for life! Ich kann's mal. Ja! Und dann noch so'n Andock! Ey! Ich kann fahren, aber... Wenn's Scheiße kommt... Dann fehlt's. Ich will was Besseres. Hm... Hat vielleicht nicht so Spaß, was ich jetzt gemacht hab. Ja, ein Pion ist mal wieder zehn Kilometer voraus. Das ist mir nicht so... Geheuer. Ja... Na... Ah... Reden und fahren ist gleich gemacht. Ferne... Und wieder ist... Äh... Das geht noch nie. Das reicht's. Das kriegste. Und... Ey, das ist Cheater! Das ist Cheaten... Das ist Cheaten für mich. Immer die Bombe haben, wenn man sie braucht. Das reicht's. Nein, nein, nein! 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 Jetzt ist alles. Jetzt ist es voll. Jetzt bin ich von oben. Jetzt bin ich am Ende. Jetzt ist es noch ein Zielfahren und bilden. Das ist nicht so viel Punkt. Okay... Das... Doch, es ist von oben. Hätte es eigentlich nur noch was gehabt. Wenigstens einen Platz. Das könnte... Das wird's knapp. Nee... Guck, die arme Strat. Tarst! Na, okay. Kann kein Tarst mehr. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Ne... Minus 200. Dann war ich da mal dran. Dann war ich da mal dran. Wie sagt man sich in ein abgekartetes Spiel? Und das Kater meine ich wortwörtlich. Abgekartet. Auf und das schieße die Tutette raus. Sonst bin ich am Ende. Es ist doch schlimm, wenn nicht, jetzt bekomme ich Disconnect. 90%. Oder mein Internet hat wieder meinen weg. Oder ich kriege ein Disconnect. Oder alle gehen raus. Ja, leider ist es so. Oder nicht? Oh, aber 170 sterb nicht. Hm, jetzt müssen wir mal logisch denken. Ich kenne Limpion leider nicht so gut. Und eine Strecke, die man auf 100 nicht fahren kann. Ich will. Bei ihm war aber der Wunder, das ist nicht ein Tor. Auch für mich. Aber das ist ja letzte Möglichkeit. Ich dachte, ich habe es vorher erfunden. Na ja, fahren wir mal weiter. Und dort sitzen wir. Aber jetzt geht es los. Jetzt mache ich es. Ich habe nämlich gesehen, dass es schneller ist, wenn man sich kein Item holt. Und ich betone kein Item. Aber wenn man zu einem Anfang auswirft, fährt man ganz einfach runter. Okay, jetzt geht es los. Jetzt kommt die Affel ab. Das Jahre ist. Und ja, meine Hände schwitzen. Jetzt aber jetzt geht es los. Jetzt reicht es mir langsam. Mit der Schnucks. Genauso, Jim. Ich meine ich. Okay, jetzt müssen wir abkremsen. Dann müssen wir noch vier bleiben. Da ist die Chance so gut. Ich bin höher. Ja, drei Pilze. Also meine ich das doch. Einmal. Zweimal. Zweimal. Perfektion. Paut. Kriegt nur der Erster. Und das ist schön. Und ich habe ihn geräumt. Und er hat mir nie geräumt. Und er kommt ein Mega-Pick. Schnell, 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 schnell. Wie die einen Mega... Wie die ist schneller. Siehst du? Seht ihr? Seht ihr? So. Und MT kann helfen. Genau. Ich bin immer noch sehr lang gut drauf. So. Tja, das zeigt. Wer lag hat und wer nicht. Und nicht wundern, dass ich auf 2 ein Pau gekriegt habe. Wenn man in diesem Box auch 4 durchfährt. Es ist eine Masse. Ich fährt in diesem Box als 4. Und dann kriegt man auch so wie es als 4 ist. Pau, Kapitel, so. Und so weiter. Söder. Söder. Mhh... Gähä... Vielen Dank.